Fußball Radio Schelsig. Was machen unsere Freunde der Viktoria in der Sommerpause, Chris? Urlaub. Finde ich gut, aber Urlaub ohne uns? Ist ziemlich trauriger Urlaub, ne? Und Gott sei Dank haben wir uns da was einfallen lassen. Was haben uns denn einfallen lassen, Chris? Wir haben uns einfallen lassen das Schälst-Off Fußball Radio Schelsig. Das Schälst-Off, mein Gott. Und zwar die erste Staffel, die komplette erste Staffel wird in der Sommerpause erscheinen. Die lustigsten und emotionalsten Momente von unseren Fußball-Radio Schelsig-Übertragungen in launigen Clips zusammengefasst, elf Stück insgesamt. Und ich glaube, das sollte jedem Viktorianer die Sommerpause erträglich machen. Chris, wann bekomme ich das denn eigentlich mit, dass wir sowas Feines machen? Da wäre ein ganz cleverer Schachzug, einfach unseren YouTube-Kanal, youtube.com.at-fußballradio zu abonnieren. Fußballradio natürlich in V, wie sich das gehört. Weil dann wirst du automatisch per Push-Nachricht über jedes neue erscheinende Video benachrichtigt. Ich bin begeistert. Und ich erst. Chris. Daniel. Scheiße. Das machen wir jetzt richtig, Chris. Ich habe mir noch sowas tolles einfallen lassen, weil ich Kaffee jetzt gewesen habe. Wollen wir das nochmal?